Hey Leute, heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema und zwar um das Coronavirus in Deutschland. Ja, ich habe tatsächlich noch kein Video dazu gemacht, aber heute erzähle ich euch mal ein bisschen was, was ich dazu finde und wie es momentan so ist. Stand jetzt, wo ihr das Video seht, sollten wir wahrscheinlich alle zu Hause bleiben, weil wir die Corona-Krise in Deutschland haben. Seit über einem Monat ist der Coronavirus jetzt in Deutschland unterwegs. Es hat in Bayern ganz ruhig angefangen mit 3, 4, 5, 6 Leuten, bis es dann richtig in Nordrhein-Westfalen losging und da ist jetzt natürlich richtig die Hölle los. Also das ist jetzt halt etwas, womit keiner gerechnet hat, weil viele Leute haben jetzt halt nur gesagt, ja Coronavirus, das bringen wir auch hinter uns, das werden wir auch hinter uns bringen, aber es ist jetzt halt sowas, wo wir gedacht haben, hey, das hatten wir schon mal mit Ebola, mit der Schweinegrippe, aber dass es dann halt so kritisch dann wird, auch das in unserem Land halt. Also ihr merkt wahrscheinlich, ich höre mich etwas krank an, das liegt daran, weil ich eine leichte Erkältung habe. Ich hatte vor einem Tag auch Fieber, wo ich da auch ein bisschen geschockt war und habe überlegt, habe ich das Virus jetzt auch? Aber es ist nun wirklich nicht so. Das waren nur ein bisschen Fieber, Kopfschmerzen. Das gehört natürlich zwar auch zu den Symptomen, zum Beispiel halt auch Husten, das trifft halt auch sehr häufig beim Coronavirus auf. Aber Husten hatte ich jetzt nicht, Kopfschmerzen, ja, Halsschmerzen hatte ich auch, aber das triffte manchmal auf, zum Beispiel auch Niederschmerzen hatte ich auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen Kurzatmigkeit, zum Beispiel halt in der Lunge, deswegen ist es auch bei alten Leuten etwas tödlicher. Und halt Leute, die eine Vorerkrankung haben, halt so. Es ist halt schlimmer als man dachte, wie ich schon gesagt habe. Es ist viel abgesagt, Konzerte, Shows, Freizeitparks, Tierparks, alles wird verschoben. Zum Beispiel halt mein Lieblingspark, der Heidepark, öffnet jetzt nicht wie gewohnt am 28. März, sondern erst Mitte April. Aber ob das dann auch so bleibt, steht ja natürlich auch noch nicht fest, weil manche behaupten, dass es ja auch erst später so richtig losgeht. Dass es jetzt noch gar nicht erst schlimm ist, sondern dass es erst später so richtig in Gang kommt mit dem Virus. Aber nichtdestotrotz wünsche ich für euch alle, dass ihr gesund bleibt. Natürlich Hände waschen immer, nachdem ihr draußen wart oder am besten jeden Tag. 20, 30 Sekunden Hände waschen mit Seife, Hände desinfizieren. Ja, wenn ihr husten oder niesen in eure Armbeuge. Und ja, am besten auch nicht euren Großeltern zu nahe kommen. Weil wenn die es bekommen, dann wäre es halt eine kritische Situation und das wollen wir natürlich alle nicht. Trotzdem, wir schauen erstmal, wie das weiterhin so läuft. Ich hoffe, bald ist das alles wieder vorbei. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen, restlichen Tag. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.